Was ist Sascha? Ach, kannst du, you are already on players. Was ist das? Oh, ich hab elf Geld. Elf Gems. Elf? Ich hab zehn. Ich weiß ja nicht, wie weit du kamst. Kid Jumps, ein Jumper heißt das so nur. Ein Gens hab ich null. Ich kam nicht weit. Ich kam da irgendwie nicht die Blätter rüber. Ja, du musst das auf so einen Baumstamm bringen. Das hab ich auch nicht gecheckt, weil einfach zu viele Spieler von mir waren. Ich dachte, man kann auch die Blätter wegboxen. Und wir verlieren wieder eine Runde. Warum hab ich jetzt ne Axt? Hat er eben auch schon? Ja, du kannst ja glaub ich mit Spieler schlagen. Ja? Kann man? Ja. Kann man das wirklich? Ja, kannst du. Scheiße. 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 Ich hab auch mir zu Glück da rüber zu springen. Ich glaub, Flash ist auch noch aufgeregt. Nein. Okay, jetzt. Nein. 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 Ja, wenn man das noch nicht kennt, die ganze Map... Okay. Na. Na. Warte mal. Ich will mal die ganze Map mal durchchecken. Ich weiß nicht wie das. Ich weiß nicht wie das. Ja. Ich guck mir das bei ihm nochmal an. Nein. Alter, wie alle hier in diesem Sandlevel auch immer sterben. Hm. Krass. Ja. Das sind Chemies. Aber das ist lustig. So, ob Lava... Alter, wie hat der das denn geschafft da hin? Ich weiß er nicht. Einer lebt noch hier. Hm. Wie gesagt. Ich cutte dann so, dass das dann erst weiter geht, wenn... Ähm. Die nächste Zone beginnt. Da ist alles gemischt und du kannst es irgendwo aufdrücken. Hm. Ah, ich geh schon mal aus der Lobby. Neue Runde? Neues Glück nochmal? Ja. Aber diesmal bin ich schon ein bisschen weiter gekommen als vorher. Ja. Welchen Server? Ähm. Welchen denn? Ich würd sagen den Fünfer, ne? Okay. Bin mal auf Fünfer. So. Jumpkit aussehen. Warp Ultrafall, ne? Oder hier. Disturbia. Bomber. 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 Aber ich glaub man, wie gesagt, das kostet irgendwas. Ja, ja kostet ja. Aber ich weiß nicht genau wie man die Punkte bekommt. Muss man durchschaffen. Keine Ahnung. Ja, man muss Spiele gewinnen. Das ist immer so. Ja.